Der erste FC Union ist jetzt endlich in der ersten Bundesliga. Hallo und herzlich Willkommen hier aus dem Borussia-Park. Ich habe gerade überlegt, ob es richtig war. Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und den ersten FC Union Berlin. Heute kommentiert mal wieder the one and only Zawazaka. Und ich werde natürlich auch als Miss Zawaj wieder spielen. Ja, heute geht es um viel. Gladbach will oben dran bleiben für die Champions-League-Plätze. Bayer Leverkusen steht übrigens jetzt schon vor Gladbach. Und Union braucht Punkte gegen den Abstieg. Mainz hat möglicherweise verloren gegen Hoffenheim. Werder Bremen hat allerdings gewonnen. Düsseldorf spielt gleich gegen Bayern. Sommer erstmal im Tor. Dann wendt Elvedi, Ginter und Leiner auf dem Spiel. Dann läuft er neu aus dem Zakaria. Mittelfeld als Sechser. Turam, Schnelle und Hoffmann. Und Plea weiter vorne im Sturm. Ja, Hermann im Volokrama und so weiter. Und bei Union, die Personal in der Polter ist bei mir nicht auf der Bank. Und er darf ja nie wieder für ihn spielen. Naja, habt ihr bestimmt auch gelesen. Gigawitz bei mir mal wieder am Tor. Dann supportet Schlotterbeck und Frerich. Es gibt eine Veränderung bei uns. Rajas und Frömmel, Gentner und Trimmel. Böte und Ingwer hat es ein bisschen weiter vorne gesetzt. Und dann anderswo. Die Veränderung ist, dass Andrich heute nicht spielen wird. Weil Andrich gelb-rot gesehen hat. Und es wäre glaube ich sowieso seine 10. Gelbe gewesen. Dementsprechend so oder so nicht hier. Leider. Ja, Union hat ja letztes Mal eigentlich ganz stark gespielt gehabt denn so. Aber nach der roten Karte mussten wir natürlich eher zurückhaltender auf Konter lauern. Und haben die Sache eigentlich ganz gut gemacht. Da war mit 1-1 noch. Ja. Eigentlich die bessere Variante von dem Spielausgang, was das heute sein könnte. Am Ende ins Hälfte 2 zu 10. Aber ja. Jetzt will ich hier natürlich gewinnen. Wir brauchen die Punkte. Es ist wichtiger für uns als Gladbach mit der Champions League. Auch wenn es natürlich um Gelder geht. Aber ne. Wir wollen Niga 1 bleiben. Ja. Und bekont er die Aktion da, ihn so runter zu machen. Weil er irgendwie eine andere Art, Geist, Verzichtserklärung da abgeben wollte. Mit seinem Anwalt. Und nicht die Unterschrieben hat, die auch an einer anderen Teammitglieder unterschrieben haben. Das ist halt üble Nachtreten, würde ich mal sagen, mit der Presse. Muss man ja machen. Das ist halt so. Aber Andersson schießt hier. Und das war die erste Chance für Union Berlin. Mit den Fans im Rücken geht das auch wieder. Hier im schönen Borussia-Park. Schade ist tatsächlich. Also ich mag München-Gladbach. Die Mannschaft ist nett. Der Trainer ist nett. Und vor allem auch die Fans freundschaft zwischen Union Berlin Berlin. Und Borussia Mönchengladbach ist auch eine sehr gute und schöne. Und ja, also ich habe auch Fans kennengelernt, da letztes Mal beim Heimspiel als Schiedsrichter unterhält man sich auch so. Da sind auch dann auch von außerhalb welche gewesen von Gladbach, die Fans. Und man kann sich auch nett unterhalten und so geht es doch. Und auch die Unioner, die dann auf dem Schiff rumgefahren sind, auch ihn getrunken haben nach dem Spiel mit den Gladbach-Fans, also unsere Ultras und so. Also so kann es sein, so wie der Schuss von Bülter. Denke ich, links außen müsste eigentlich Bülter gewesen sein. Ja, war die Bülter. Ah, da hält Sommer aber auch gut. Und so kann es eigentlich immer sein, dass man sich als Fans gut versteht. Leider jetzt natürlich eher nicht machbar, sich zu treffen und irgendwie gemeinsam zu trinken. Aber ja, im Herzen vereint für den Fußball, sage ich mal so. Oh, ich dachte, er wäre am Abseits. Aber Bülter, nochmal auf. Ingwarzen, aber es klappt nicht. Schlotter weg. Hat die ihn abgefangen, gut. Ah, und jedenfalls, ja, na, letztes Mal das Unentschiedene war schon die beste Variante zu 10. Denn, äh, so, ja, zu 11 wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber was soll's. Es ist leider so. Aber klar, wir brauchen Punkte und wir brauchen auch mindestens zwei Siege, um irgendwie die Klasse zu halten. Außer alle anderen, also die anderen Mannschaften verlieren permanent. Aber Düsseldorf ist gerade so im Aufwind. Wird schwierig. Union kann sie weghalten, aber wir wissen es ja, unsere Mannschaft ist ja oft zu nervös, wenn es in so richtig, richtigen Krasch-Spielen um alles geht. Das war ja auch beim Ush-Sieg, wieso irgendwie schlottern die in die Beine, weil das für die halt wichtig ist, ne. Und ohne Fans halt schwierig. Aber hier im Spiel sind Fans und, ja, mal sehen, wie es läuft. Ich gewinnen will ich hier natürlich, damit wir auch in echt natürlich gewinnen. Auch wenn ich letzten Mal eins hier gewonnen habe und war dann 1-1. Aber, ich meine, Blattbach hatte bei mir auch eine Chance. Wer das reingegangen, wer das auch 1-1 ausgespielt hat. Oh, oh, nein, 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 oh, und Gladbach mit der, boah, mit diesem Hochkaräter, mit der krassen Chance vom Tor. Da ist der Ball, ja, direkt durch die Abwehr gekommen, also super gefährlich, da muss ich aufpassen. Profis manchmal unberechenbar, erst läuft nichts und dann bei denen und dann sind die auf einmal gute Beine. Ja, naja, ist dann aber echt eine gute Ball für Lenz. Ich hoffe, ja, dass sie das eigentlich spielen kann, aber jetzt erst mal Raiasson, weil es bisher nicht so aussah, dass Lenz wieder kann. Und ja, Kopfball von Andersson jetzt. Raiasson hat seine Sache gut gemacht. Ich finde ihn auch eigentlich echt gut, als Außenverteidiger kann man eigentlich auch einsetzen. Manchmal ist das so defensives Mittelfeld gewesen, teilweise so. Aber warum nicht auch einfach auf dieser Position? Immer wieder. Hört mal, das höre ich gerade hier in der von FIFA generierten Stadionatmosphäre. Das ist dann, sonst wäre ich meist nur Scholke dafür oder irgendwie von mir hängen, was auch ganz komisch ist. Egal, welche Mannschaft spielt. So. Da hat Andersson die riesen Chance, aber ganz ehrlich, dass der ankommt, wer hat damit schon gerechnet, oder? Ja, also dachte der Abwehrspieler fängt hier vorher ab. Aber jetzt kommt der die große Chance mit Ingwarzen und der geht nicht rein. Wieder auch Sommer geschossen, einfach zu unplatziert von mir und Ingwarzen. Oh Mann. Das ist teilweise wie gegen Bayern gewesen, im echten Spiel gegen Bayern. Wo einfach Unionschancen hatte, aber die vor dem Tor einfach nicht reinmachen konnte. Also, ja, ich sag mal so, wir haben aktuell die besseren Chancen. Ja, weil Gladbach ist nicht viel los, wie das steht, was das so ist. Und dann würde ich mal sagen, geht es in Halbzeit zwei. Ich hoffe mal, ich kann jetzt mehr aus meinen Chancen machen, weil eigentlich habe ich hier schon zwei, drei große Chancen gehabt. Und Gladbach hat eine extrem krasse, so wie ich jetzt gerade mit Andersson habe, aus beiden kein Tor. Mal sehen, wie es hier weitergeht, auf Bülter jetzt. Ja, der auf Ingwarzen, der schießt. Und das ist das 1 zu 0 für Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach in der 49. Minute. Ja, Ingwarzen, der schon zuletzt mit einem schönen Freistoß getroffen hat, wo er nicht über die Mauer, sondern einfach links dran vorbeigespielt hat, wo der Torwart nicht mit gerechnet hat. Macht hier wieder ein Tor und damit geht Union Berlin zum ersten Mal nach der Corona-Pause in Führung in einem Bundesligaspiel. Gegen Bayern kein Tor geschossen, gegen Hertha Kainz, gegen Mainz eins, aber nicht den Führungstreffer. Und jetzt zum ersten Mal hier in Führung gegangen. Ich hoffe, dass die eiserne Bundesliga sich auch auf die Corona-geplagte, echte Bundesliga-Überträgung in dem Mund vielleicht wirklich den Sieg holen kann gegen Gladbach. Das wünschen wir uns doch alle. Außer wenn ich gegen Gladbach jetzt. Mal ganz ehrlich, und dort braucht die Punkte irgendwie der Gegenabstieg. Jawoll, sehr gut. Oh, das hat nicht ganz geklappt. Über Außen mal. Ja, sehr gut auf Andersson und der macht das 2-0 hier gegen Gladbach. Union kann es doch noch. Ich meine, gut, hier sind auch die Fans bei, aber... Eigentlich müsste man auch ein Video machen mit Hashtag, wir glauben an euch und dann alle Fans den Unionern Mut zu sprechen, zumindest im eigenen Stadion, dass man es abspielen könnte. Sonst, jeder, der in der Infoserei öfter ist, kennt es. Sonst ist aus dem Training und der Vorbereitung aus dem Spiel, sieht man mit einer coolen Musik im Hintergrund, im Grunde die Vorbereitung der Mannschaft. Aber wenn quasi ein Fanvideo vorher ablaufen würde, anstatt dieses Vorbereitungsvideo, was sonst immer ablief, ich glaube, das würde die Mannschaft doch echt unterstützen. Die wissen natürlich, die wissen ja, für wen sie es machen, aber das ist halt so nochmal ein bisschen Unterstützung, ne. Dass man weiß, die Fans sind da und, wenn ich jedenfalls vor den Fernsehern und von Fernseher reden und glauben noch an die Mannschaft weiterhin. Weil irgendwie, ja, man ist halt so, oh, nicht präsent. Das waren die Köpfen der Spieler präsent, aber eher die Abwesenheit. Fans, also, ja. Aber es gab aber jetzt eine Statistik, dass es viel weniger Heimsiege gab als letztes Jahr zur selben Zeit. Also am selben Spieltag. Ah, du Paule, das war... Ah, das war... Ah, das war... Ey, bitte gibt Gentner nur die Gelbe. Das war doch... Ah, das war unglücklich. Ja, das hat er nicht so gemeint, das weiß ich immer noch. Es sah, als ob Gentner da in die Beine reingrätschen wollte, glaube ich nicht. Würde er nicht mehr sehen. Aber die Gelbe hier leider zurechtgegeben hat. Ja. Aber immer in die zweite Führung aktuell, ne? Oh, der Schiedsrichter steht irgendwie merkwürdig. Da außen neben dem Spieler direkt. Der hat eigentlich gar nicht... Also, wie er da stand und zum Beigewicht hat, finde ich, hat er gar nicht so die Übersicht gehabt, oder? Ne, der hat doch ganz spät erst den Kopf gedreht. Also eigentlich, ich weiß nicht, Stellungsspiel geht so. Aber wenn ich direkt an der Mauer stehe, ist eigentlich Quatsch. Da muss ich ja nicht aufs Abseits oder sowas gucken. Vielleicht für den Schiedsrichter da alleine ist eventuell so eine ähnliche Sicht, aber auch nicht ganz so. Ja, außen auf Trimmel. Trimmel läuft. Legt nochmal ab auf Andersson und der schießt gegen Fasten. Wollte gerade sagen, und der schießt nun ins Tor, aber... Oh, warum mit links Andersson? Warum? Ich dachte, er schießt mit rechts. Dann wäre das Ding auch drin gewesen. Ach, WohlenTV, interessant. Aber echt ein schönes Stadion haben sie. Vielleicht nächstes Jahr mal. Also, vielleicht fahre ich ja nächstes Jahr mal in die Nachtladbach. Also, könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn, keine krassen Einschränkungen. Auf jeden Fall. Gut, dann macht Union halt weiter Druck. Oh, nein! Ja, das war jetzt unglücklich. Dann gehe ich mal ein bisschen defensiver. Ich meine, Union würde auch im Echten nehmen, glaube ich. Von Urs Fischer die Anweisung bekommen, ein bisschen defensiver zu spielen bei einem 2-0. Vor allem, weil man die drei Punkte braucht. Da will man nicht unbedingt noch mehr Tore machen, auch wenn es schon wäre. Aber vielleicht ja jetzt noch eins. Andersson schießt. Und das ist das 3-0 für Union Berlin. Kurioses Spiel. Aber Union hat ja auch im Innspiel 2-0 gewonnen. Und das war ja, ja, nicht erwartet. Aber Union hat es damals geschafft. Warum? Sollte nicht so sein. Könnte durchaus sein. Aber ich muss so sagen, Union spielt hier besser auf Profi jetzt gegen Gladbach als letztes Mal gegen Mainz. Da war es irgendwie ein schwierigeres Spiel. Ja, es war auch noch ein Update, was jetzt war. Letztes Mal habe ich ohne Update gespielt. Und da waren nur nicht die Stand-, also die aktuellen Werte. Vielleicht lagst du daran. Jetzt nochmal einen offensiven Akzent setzen mit der Auswechslung Manni für Trümmel. Mal sehen. Aber vielleicht dann noch ein bisschen Manni kann er auch gar nicht gut trennen. Vielleicht dann noch mal ein bisschen im Mittelfeld schon abzweiten. Ich meine, ich habe den Wechsel gerade vorgenommen. Ich hätte ihn ja auch anders überlegen können. Vielleicht. Vielleicht noch einen Defensivmann zu bringen. Aber ich habe einfach den Wechsel gelobt. Aber Gladbach scheint sichtlich geschockt von Unionsleistung hier in dem Spiel zu sein. Ja, jetzt nochmal ein Fernschuss, aber den hat Sommer gehalten. Wenn noch nicht ganz. Oh, Lenz ist bei mir auf die Bank. Hehe, sorry. Ziemlich auf den Torwart geschossen. Aber es wäre vielleicht unrealistisch, wenn ich die abschieße. Also durchaus möglich. Aber sehr unwahrscheinlich. Aber sehr unwahrscheinlich. Oh, oh. Schön ruhig bleiben. Gleich haben wir geschafft. Und damit passt das. Die 90 Minuten sind um. Und, boah, sind die Fans hier laut gerade im Kempel rufen. Und Union Berlin gewinnt hier mit einem 3 zu 0 gegen Gladbach. Da kommt man, versteht sich doch. Böter hilft Stindl auf nach dem Spiel, nach der Niederlage. Ja, Union hier klar die stärkere Mannschaft. Einmal Schreckenmoment beim 0 zu 0. Mit der Chance von Gladbach, die echt gefährlich war. Aber sonst souverän gespielt. Sehr gut eigentlich gespielt. Und Gladbach immer unter Druck gesetzt. Und hier verdient 3 zu 0 gewonnen. Ja, aber wie man gesehen hat, auch die Mannschaft versteht sich. Die Fans verstehen sich von Gladbach und Union. Schön ist es auch, wenn es immer so wäre im Fußball. Dementsprechend, Leute, verabschiede ich mich von euch hier. Und ich hoffe, dass es morgen bei dem Spiel dann genauso ist. Und wir ein 3 zu 0 feiern können. Vielleicht auch nur ein 2 zu 0. Hauptsache drei Punkte gegen Gladbach. Dementsprechend, Leute, bleibt gesund. Und niemals vergessen, Eisen Union. Ich weiß, ich hätte es richtig brüllen können. Aber ihr wisst, das tut euch dann zu sehr in den Ohren weh. Also, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.